Hallo Leute, Willkommen zu uns heute, heute 5.2 Ash Was wäre, weil ich einen Kumpel aneimisiere Im ersten Part, im letzten Part haben wir uns den Felsoran geholt Mit bekanntlichem Quatsch und Silke Und jetzt sind wir jetzt auf den Weg Wir wollen uns heute durch den Mond eingehen Mal schauen, was wir heute so fangen und finden Was eigentlich nichts zu spannendes Soll ich jetzt fast vermuten Und auf jeden Fall neue Pokémon Und wir werden noch definitiv in dieser Folge einspangen für uns Dann proben wir uns in der Armut Hast du schon? Roku hätte 1 zu 1 gefangen Ganz erstes dachte er selber noch im Anime Äh, ich hätte dafür auch eins fangen sollen Wenn sich aber danach niederlässt Ich habe schon mal mehrmals als 12 Und das machen wir, gucken wir jetzt einfach mal nach Weil ich finde das super, das ist ein jubes Pokémon Außerdem ist überhaupt eine neue Version Das hier ist die Version 3.3 Das heißt, jetzt ist das Spiel tatsächlich offiziell fertig Das war jetzt zum Minerator Update Das war jetzt zum Minerator Update Wenn das passt Es ist ja auch vorbei Es ist ja auch vorbei Offiziell Offiziell Deswegen Habt ihr kein Problem Lange Unser Archive Und wir haben jetzt mit sich rumfangen Das ist auch völlig dann geklärt Und Und Oh ja, wir haben das nochmal Aber Ich habe das eine Version auf meinem Himmel Ich werde das auch sagen Tippi hat da ja auch überlegt, ob er ausdrücken kann, dass er es nicht gemacht hat, weil Tippi ist kein Gucken und das zu ihm fast zuerst gefasst mit einer Meinung nach. Ich bin auch kein Fan von Tippi. Tippi ist zwar cool, ja, aber es geht besser, ob man in der Welt da draußen ist. Deswegen bleibt ja auch bei mir kein Tippi. Tippi ist ein 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 Tippi. Was ist das? Oh! Ah! I'm sorry! I'm sorry! What's it? I didn't know what to do. Yeah. Maybe. Ooh. Oh, ehh... Dann kann ich eine Confine in deinem Umherstetim. Kann ich gucken lassen, oder? Eine Molte kann nicht nur, wenn ich einen Katzen benutze. Das macht ein vor allem für den Aufwand. So, wir haben drei Pokémon-Gauder, und wir hatten den Abschluss zufrieden, wir haben mit unserem Team. Ist es die Team für Sandstrom? Oh, damit sind wir jetzt hier erstmal. Okay, wir haben die Taktion gekauft, das ist ganz schön. Also wenn jemand an ein Kassier rankommt, würde ich das hier definitiv wiederbeleben. Doch, Kassier braucht man sich gut, mag Kassier. So, hier haben wir noch einen Nugget, sehr schön. Und über das Popper. So, hier haben wir noch einen Nugget. So, hier haben wir noch einen Nugget. Hey, I'm going to write out. Ah, ich bin schon wieder. Ich denke, ich bin ein Super Lighter, zu spielen, aber das ist gut. Das ist gut. Ich könnte mal freuen, was jeder von euch besser von meinem Team in den Kommentaren zu beziehen, das ist auch präsentlos, wir haben sogar ein Sektarwahl mitgebracht. Da kommt unser Thema, dann fange ich gleich jedes Programm. So, ich habe keine Sektarwahl. Ich habe keine Sektarwahl, ich kann das machen, aber das ist nicht sicher. Ich kann etwas sagen, ich kann es nicht nicht sagen, ich kann es nicht sagen. Es geht nicht so, ich kann es nicht sagen, ich möchte es nicht sagen. Ich hab noch mal. Aber ich hab noch mal ein paar Worte, ich hab noch mal. Ich hab noch mal. Ja, ich hab noch nicht gesehen. Ich glaube, was wir hier noch kriegen. Ich glaube, Jack ist nicht normal so zu gucken. Ich werde jetzt einfach gucken, was wir jetzt fahren können. Vielleicht nicht den Belieber hören. Wann ich ihn da? Okay. Das heißt, ich werde den Unfall zu machen. Nein, der ist ja nur so zu machen. Ich werde jetzt auch wieder auf Cut zu machen. Ich werde jetzt den Unfall auch wenn ich zack um. Ich werde sehr euch das gern haben. Das heißt, ich werde das nicht schießen. Ich werde es nicht auf einmal machen, ich werde es nicht erst sehen. Im Gegenteil, ein bisschen nachweilen lieber. Dann haben wir einen Trauburger in der Allgestattung der Gestalterin anzusetzen. Das ist eine gute Idee. Man muss ihn anwerken, man muss ihn anwerken. Erschreitungscheiß. Klingt ab zum Zeitpunkt. Das ist eine gute Studie auswahl. Das ist eine gute Studie auswahl. Dazu, weil wir es nicht auswählen, und die anderen beiden haben es nicht schlecht. Oh, hier ist ein Fehler super. Er nimmt ziemlich gut, dass er da ein bisschen lost war. Das ist eine gute Studie auswählen. Das ist eine gute Studie auswählen. Oh, mein Gott. Wir sind ein Lichter. Wir sind nicht in der Zeitpunkt. Wir sind nicht in der Zeitpunkt. Wir sind 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 in der Zeitpunkt. Und wir sind in der Zeitpunkt. Wir sind in der Zeitpunkt. Wir haben jetzt das für heute direkt gelernt. Okay. Das war jetzt... ...passend. ...ich habe ich direkt gelernt. und, äh... Das ist ein bisschen mehr Sinn. Gut, äh... Da wir das jetzt gecheckt haben, können wir jetzt weiter... Warte mal, warte mal! Ich kann jetzt mal sein. Es ist ein Teil einer Anspray-Frau B-Wire, am dann auch noch die Wo ist sie, wie es ein Munga kommt? Das ist der Schreisendung, der ist das absolut. Ich glaub's, wenn man ja… Ich hab das alles getan. Mal wie es einfach so macht an die Spitzenkarte. Ja, das ist schon voll mit der Auslegung in die Spitzenkarte. Das ist schon so. Es ist schon so. Das ist schon so. Das ist gut. Das ist so. Das ist so. Ich schlage das Rottobau aber 22 Kilo. Super neu, Jürgen. Ähm, meine Pumpe ist aber noch nicht. Okay, kämpf Raub, haben wir auch schon gefunden. Okay, wir sehen uns nicht, wie schon mal her. Ich habe einen kurzen Pumpe. Ah, ich habe einen kurzen Pumpe. Ich hätte auch mal diesen Pumpe. Ja, ich hab keine Pumpe. Das war's für heute, bis zum nächsten Mal. Weil dann muss man da ein 7er-Bohrstattung gemacht. So, äh... Kommen wir jetzt am Punkt höchste, gerade. Ich hoffe, dass ein gutes Kupfer ist. Hier wäre schon ein Kupfer voll. Das hat ja auch nicht viel gemacht. So, äh... Ja! Das Thema... ...Niemelglieder. Ja! 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 Ich glaube, das ist eine andere Phase, eine andere Phase, eine andere Phase, eine andere Beziehung. Ja, ich glaube, das war so, was ich weiß nicht. Ich aber nicht im Moment. Ich habe jetzt noch mehr gesehen, ist das Problem. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist ein Termin. Es 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 ist ein Termin. Eritat. Es geht noch so. Es geht noch ein Termin. Entschuldigung. Matthias他是 ein Termin. Er macht das Termin. Op. Ich habe noch einen Bord-Bord-Bord-Bord. Was ist passiert? Ich habe noch einen Bord-Bord-Bord. Ich habe noch einen Bord-Bord, aber ich kann nicht finden. Okay. Ich bin noch einen Bord-Bord. Ich habe noch einen Bord-Bord. Ich habe noch einen Bord-Barber-Day. Und ich habe noch ein paar Wiener, aber ich habe noch ein paar Wiener. Ich habe noch einen Wiener. Ich habe noch einen Wiener. Ich dachte mal, ich fach sie mit den Kanten. Oh, das ist ein Wartenspiel. Was das für 2? No, du wirst nicht. Du wirst nicht, wenn du das bist. Ich bin so gut, dass er das war. Oh! W-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w-w. Okay, da gibt es sonst nichts mehr, das heißt wir sind hier fertig. Endlich. Ja, weiter, da haben wir sonst den Mund da groß geschafft. Für mich ist die Fall jetzt noch 30%. Ich habe es noch nicht gefallen. In dem nächsten Mal. Wenn wir so wieder, machen wir das auch richtig knapp. Hast du wieder zu tun? Dann sehen wir mal, dass ich nachher nicht. Dann bis dahin. Ciao, ciao.